Blub, 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 alles ist so klar. Blub, blub, blubi, blub, du merkst dir wunderbar. An diesem Wochenende haben die Proben für das neueste Musical aus dem Hause der Musik- und Kunstschule Bischof begonnen. Janka und der Drache Plon vermischt aktuelles mit bekannten sorbischen Sagengestalten. Opa, Eltern und pubertierender Teenager werden durch Krabat und Co. wieder zueinander und damit auf den richtigen Weg geführt. Das Ganze garniert mit Musik aus mehreren Jahrzehnten, vom Kinderlied bis hin zum Blues, kündigt André Bischof an. Die Premiere am 10. November ist eine Schülerveranstaltung. Am 11.11. gibt es das Stück als Familienveranstaltung in der Lausitzhalle. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.